Willkommen in Bad Langensalzer in Thüringen, einer Stadt mit einer sehr reichhaltigen historischen Bausubstanz. Eine sehr interessante Sehenswürdigkeit ist das Glockenspiel am Rathaus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Rathausbrunnen wurde erstmalig um 1561 erwähnt und war sehr wichtig für die Wasserversorgung der Stadt. Über den Rathausbrunnen drohnen ein sächsischer und ein thüringischer Löwe. Der Wohlstand von Bad Langensalzer wurde durch Weid begründet. Weid ist eine Färberpflanze, aus welcher die Farbe Blau gewonnen wurde. Die Marktkirche St. Bonifatius wurde vom 13. bis 16. Jahrhundert im gotischen Baustil errichtet. Die Marktkirche St. Bonifatius wurde vom 13. Jahrhundert im gotischen Baustil errichtet. Die Marktkirche St. Bonifatius wurde vom 13. Jahrhundert im gotischen Baustil errichtet. Das Schloss Drühburg mit Trockengraben und Vorburg ist eine ehemalige Burg und das älteste erhaltene Gebäude in Bad Langensalzer. Das Schloss Drühburg mit Trockengraben und Vorburg mit Trockengraben und Vorburg mit Trockengraben und Vorburg mit Trockengraben. Die Marktkirche St. Bonifatius wurde vom 13. Jahrhundert im geteilt. Die Marktkirche St. Bonifatius wurde vom 13. Jahrhundert im geteilt. Mit einem Blick auf die historische Stadtmauer endet unser Stadtrundgang in Bad Langensalzer. Die Stadtmauer ist in einem sehr guten Zustand. Insgesamt können noch 17 Türme und ein Stadttor besichtigt werden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Sie finden hier viele weitere Stadtdokumentationen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.